Liebe Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier in München hatten wir wieder Schnee und schlechtes Wetter die letzten Tage. Aber der Himmel ist aufgegangen und es scheint wieder die Sonne. Wenn man eine Situation verändern kann, warum soll man sich dann sorgen? Und wenn man eine Situation nicht verändern kann, warum soll man sich dann Sorgen machen? So hat es der Dalai Lama heute gesagt. Aber woher kann man wissen, dass nach dem Regen die Sonne kommt? Mir fiel mal wieder der gute Johann Sebastian Bach ein. In seiner Kantate BWV 12 gibt es einen Abschnitt. Da heißt es, nach dem Regen blüht der Segen. Und dazu erklingt die Melodie von Jesu meine Freude. Mit einem kleinen Augenzwinkern ist mir dazu noch etwas ganz anders eingefallen. Viel Spaß beim Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bleibt behütet und gesund und wir sehen uns morgen wieder. Euer Michael